Hey, wir sind Autark und wir schaffen Barrierefreiheit durch Innovation. Könntet ihr von euch behaupten, einen Rollstuhlfahrer zu euch nach Hause einladen zu können? Mit Autark entwickeln wir ein Rad, welches jegliche Hindernisse überwinden kann. Dadurch können wir Treppen überwinden, wir können Bordsteine überwinden und wir können die Personen auf Augenhöhe mit anderen Mitmenschen dringen. Allein in Deutschland leben 1,6 Millionen Rollstuhlfahrer und genau für die haben wir, ein interdisziplinäres Team der RWTH Aachen, nicht nur eine Lösung. Das Projekt Autark besteht aus drei Säulen. Der Hardware, wir konstruieren einen treppensteigenden Rollstuhl. Der Software, wir entwickeln eine App, mit der es möglich ist, barrierefrei von A nach B zu gelangen und der Awareness.